willkommen mein name ist an die welt und ich begrüß euch zuletzt bei so was mal sprach ultimate ja er ist vorher mal ja wieder abenteuer muss gespielt das heißt wir machen jetzt mal andere ist und ich will mal gucken ob ich hier allstar schaffe müsst ihr auf jeden fall einmal schaffen scheint ein bisschen anders zu sein als im vorherigen titel damit wen gewinne ich ihn auf jeden fall da war gut nur sagen link war wieder aussieht weil ich mal ein paar multi smashes ich weiß nicht was anderes gewinnen die bei jedem kampf an erfahrung selbst bei niederlagen sie lernen aus ihren federn ich muss wirklich jeden hier kämpfen aber nichts weil ich mich ja nicht voll ich weiß wir sehen jetzt ja an jedem charakter natürlich nicht so stark wie sie sein sollen wahrscheinlich kriegt nur sehe ich nur die karakter die ich auch freigespielt habe weil gendorf kam nicht im ganzen selbe charaktere kamen also also nicht ich habe keinen tag mehr es ist ungewohnt da ist ja dieser spiel muss man eigentlich erst sind wenn ich vor alle charaktere ab glaube ich für charaktere ab so um die 20 wir können eigentlich gar nicht mehr kommen du wirst zeugs auf mich hat man nicht schon mal er duckt sich kannst du dich von meinen schwert das schafft vielleicht nicht nein wegen so einen trick schon wieder okay noch mal erst und jetzt kommt schon direkt neue gegner neuer charakter so putzig ist ja winzig das papa link der mal zeigen die sache hier läuft da rein man und jetzt ist er das junge lenken kämpft nun mit geisterpunkte tritt allein im ort aus menschen und erzieht drei chaos ich glaube ich werde ja ein bisschen zu sehr unterschied sie im training eine 20 treffer kombo tritt allein mit wolf in einen 100er zu bescharen bewältigen in fünf minuten wohl habe ich noch gar nicht mehr als kennt rein als luigi der ort aus menschen ein co mit deinem meteor smash vielleicht mal gucken was haben wir ja alles noch stimmen wir mal nur den einen modus hier geistertafeln hat sie aber niemals abgeschlossene sehe ich jetzt nicht zwanziger treffer kombo dürfte eigentlich voll einfach sein mit irgendwie so charakter diese multi angefahren wie da kannte kompo ente attacke oder werde ich da kommen da habe ich nicht freigeschaltet ja ich habe doch 20 treffer kombo und schon sagen nein okay geistertafel muss ich die kaufen oder wir waren immer da ist ja sowieso immer sechs stunden oder so die ablaufende ersatz auf sprint anrufe 1 ich habe keine geister wie ich habe keine geister und ich habe ich geister guckte den mann okay wer muss nachteil auch denn auch dings war ich habe mich hinab steuern im sprung super bleibt sechs und verwundbarkeit phasen beim landen ist ja nicht schlecht dann aber denk egal ist nicht so wichtig war mein charme mit dem schwert sollte jetzt eigentlich besser sein so einfach kann das gehen jetzt müssen ja abschließen warum mit den sauge magnus der ist glaube ich aus kekos ich will jetzt aber ehrlich gesagt nicht so unbedingt geister fahren wir nicht ehrlich bin aber klassisch danach sehen wir mit dem rest der zeit machen hier spielen wir als nächstes kirby box mark mario zelda mhm mal zelda ja wieder in des triforces in barrio na wie sie sind angriff zu sparen mit ihr aber ein ding kaputt gemacht wieso putze ich jetzt in diesem spiel viel besser als die seiler von vorher röntgen schnapp den euch war was hat wo habe ich so viele probleme herauszuhauen okay es war einfach nicht die schwertkämpfer die miete ich auch gerne auch gott kann diesen angriff auf zwei mich will gab sie da war eigentlich auch im vierten teil jahre wenn man auf mich losgehen könnte dann aber sehr gute statt die ganze weg zu rennen naja ich habe den kaputt gemacht ich dachte hat geht dadurch auf war auch so was da hat mein gott warum extra klasse findest du irgendwie nicht warum setzt er diesen angriff immer so random eine jetzt irgendwie andauer allein habe ich doch für wo ja dann braucht es voll angeschlagen soll ich gerade naja ich wollte den dinge um die ohren hauen das gesicht hat einmal verloren ich kann nah dran wie das meiner jetzt blöser ultras mensch anscheinend als die dags da muss gerade aus dem kampfverband und nochmal selda 8 ob gott kriegt voll auf die fresse jetzt also meine bomben da frisst das alter frist hat und das auch eine ganz alte level was hat immer noch und ein welcher an diesen einen typen ja verlieren naja wenn ich fresse ich wollte sagen wenn ich nicht getroffen habe oder voller volltreffer spätestens bei dem boss ihr willst einen neuen erreichen da muss ja jeden gegner ein nicht geschwindigkeit erlegen oder irgendwie so war erreicht schon auf habe ich auch noch ein ding verpasst wie kommst du da oben hin ja so rum stehe ich mir da reinkommen soll hallo kannst du nicht kaputt machen ich meine kannst du ein paar dinge davon kommt man und dann kommt ja nicht durch gönnendorf gegen den aber schon mal gekämpft wenn wir auf meiner ap gleich bleiben jetzt verwandelt er sich nicht so ich weiß ja jetzt wo ich dich ja angreifen muss aber ich komme sogar da durch gut also vier ein preis mit link und sie einfach nur den angriffs wenig so oder so schon ganz hat einsätze weil schadensmedien wie sie aufpassen schon beim ersten mal ich dachte diese eine later strahl kommt und ja war klar warum schon einmal will ich das mal schaffen ohne ja ja ich kann ticket benutzen und völlig meine dinge gar nicht aber trotzdem ich komme irgendwie sind mit dem boss kämpfen kam ich noch nie klar schon seit brawl nicht weiß nicht wieso er muss ja eigentlich nur die moves auswendig lernen der gegner hat dreck dreck und sehr gut man macht noch mal mehr schaden mann noch mal nein das gibt es jetzt einfach nicht ehrlich voll mit 8 hier geschafft so ärgerlich oben ärgert mich jetzt hier richtig dann bringt sie so ich habe gerne besiegt heiling ja trotzdem acht gut jetzt immer noch nie gekommen glaube ich wie man selda main ich kennendorf jetzt nicht mit selda gewonnen habe ich habe das einfach nur random ich glaube ja da war mein interesse zeigt wird man sagen 100.000 schnell da muss man auch mal mit einigen charakter anschaffen ich werde nicht nur klassische spielen nebenbei ich meine bei ist eigentlich nicht so uninteressant ne wieder kommen wir mal neue bosse ich weiß ja nicht wie viele bosse ja noch sind aber ja schon eine ganz schöne anzahl bisher leider los dieser kirby gegner max oder so hieß erne und kennen meistern und crazy and aber noch mal noch irgendeiner habe ich jetzt wieder vergessen giga bau sah so ja da ist eigentlich noch genug und vielleicht noch kommt ob dieser eine boss aus brawler gegen die mal kämpfe an dieses roboter dingen abseits kommt nicht hier irgendwie tabu oder so wie auch immer der hieß hier aus der feine boss aus brawler ich glaube da war bisher der schwerste boss von allen in einem smash boss richtig krasse angefordert ich werde wissen wie der finale bosse im abenteuer modus sagen wir das müssen wir schon auch gegen voll sort mächtiges kämpfen mit so einer mega hand irgendwie ich gehe mal so 17 1,7 millionen glückwunsch mal wie putzig sie ist viel besser als die alte selder selder nicht aus welchem spiel ist lumina aushilfe ich glaube bayonetta lumina sind da nicht irgendwie aus bayonetta ich weiß nicht da ist time to tipp des games ich kann das kann ja noch mal gibt es rückschleudern glaube ich mit ihren schild so ein bisschen besser magier als ich ich glaube ich muss meine musik lauter stellen ich höre die fast gar nicht das feeling wenn diese eine mimo google das gefühl wenn dann er zweit und ein zeitkick eher im spiel sind als du da sieht man so ein bild von batman weil robin und joker in diesem spiel sind halt ne war batman ist nicht in diesem spiel ich glaube immer wenn ich einen hier abschließt kommt direkt ein neuer er wird immer so weitergehen wenn man mal multis machen hat das mal kommen irgendjemanden also fünf minuten aber wir haben uns schaffen aber mit wem ist gut frage noch hat doktor mario ich spiele ja anwalt mario ich schaffe mal hat würde ich schon gerne schaffen hey ich habe ich da von jungs ok also so groß ist und ich habe mich alles ich habe aber willst du einfach bist nicht er hat jemand angegriffen und suplex gemacht da war es passiert das weil hat er nicht so macht gefälligst so you can show you can kann er von autograf show you can hey da war ich da bin ich das mein wie gewesen oliver oliver den seine blöden pick man sie machen wir vor schaden gerade ich habe ich nicht also man hat weil mich am meisten aufwägen wenn man wohl das mensch hier nicht schafft gleich die ganze diesen rutsch angriff machen da bringt es eigentlich auch war schon wieder ich so direkt mal rauskauen nein da bin ich nein wochen er hat kotz mich so an immer und sie sagt wieder eine ganze zeit neu machen 1080 ja noch denn da kennt man noch nicht damit sagen da war es jetzt vorher machen wir weiter abenteuer modus ja ich bleibe mich als für zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge